Was ist denn jetzt die richtige Taktik bei euch? 3, 2, 1, 2. Obwohl wir 5 sind, sind 7. Warte mal, hast du dich irgendwie vorbereitet auf diese Challenge? Nein, gar nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Quick Games. Das Team 4 Bro hat die letzten Quick Games ja gewonnen. Deswegen sind jetzt im Pod keine 1.000, sondern 2.000 Euro drin. Heute geht es darum, wer hält die Luft am längsten unter Wasser an. Wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Let's go. Und das Spiel kann losgehen. Wir fangen an in 3, 2, 1, los geht's. Oh ja, das sieht sehr stark aus. Was ist denn Nadine? Was sagst du zu dieser Situation gerade? Aber mach dir überhaupt die Kartoffeln, Nadine. Hast du die dabei oder was war denn los? Hast du die unter Wasser? Ich sehe sie gerade nicht. Naja, okay, da scheint nicht zu reden. Gehen wir mal zum Herausforderen. So, und jetzt sind wir wieder gleich auf. Sag mal, was ist das hier für dich für ein Gefühl gerade in diesem Moment? Schau mal rein durch. Ich glaube, er wird nicht kotzen, aber es ist nicht schlimm. Kämpf! Jetzt noch mal, sehr gut. Ja, das Make-up sieht noch sehr gut aus. Was ist das? Oh, da hat sie schon aufgegeben. Super. Wenn das macht durch weiter, Junge. Set up machine, Junge! Du bist nicht dran. Ich werd nicht sagen, so scheiße. Sag mal, was benutzt du eigentlich für deine Augenbrauen, dass sie so lange halten? Das würde ich jetzt mal gerne an der Stelle wissen. Verstehe ich nicht, musst du noch mal wiederholen. Ist das irgendwie so ein Permanent-Marker oder? Nicht. Okay. Weiter. Ja, schade. Er bleibt seit 8 Tagen schon unter Wasser. Voll lang, Mensch! Mittlerweile ist er blau. Ja! Ey, man muss sagen, sie waren auch sehr stark dran. Wirklich. Sehr, sehr stark. Ihr habt gut durchgezogen. Sehr stark. Geil, dass ihr mitgemacht habt. Super, sehr gefährlich. Das V-Bro-Team hat wieder mal mit Bravour bestanden und aus 2.000 Euro im Pott werden für das nächste Quick-Game 3.000 Euro. Bis dann. Jo, Bros, das war eine super Challenge und kommt mal mit, ich hab da was gehört in der Hand. Es sind mittlerweile fünf Stunden vergangen oder so. Ist das unser MVP der Woche? Hey, Bro. Bro. Lebst du noch, Bruder? Wir sind alle. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Ja? Ja! Ja! Haha!